Was Unruhe angeht, habe ich mich auch schon öfter positioniert. Ich bin der Meinung, dass hier oft das Ziel verfolgt wird, negativ zu berichten, Sachen in Frage zu stellen. Und wenn Sie ehrlich sind, dann berichten Sie seit zehn Jahren immer über den gleichen Mist und geben dem auch keine Chance, auch mal kontinuierlich etwas aufzubauen. Das wird eben gesucht und ja, letztendlich auch immer natürlich der Trainer dafür verantwortlich gemacht, für alles. Das ist so, ich bin da wirklich mittlerweile echt gelassen, das lässt mich kalt. Auch was die Zukunft angeht, ob da irgendwelche Gerüchte um die Trainerposition entstehen, das lässt mich völlig kalt. Denn ich bin von dem Weg überzeugt, nach wie vor, auch wenn er holprig ist, auch wenn wir in Sachen Konstanz Nachholbedarf haben. So haben wir aber auch, wenn man die Rückserie jetzt bewertet, eine Entwicklung auch in Ergebnissen genommen. Horst hat mir auch in vielen Gesprächen aufgezeigt und auch wirklich zu Recht, dass ich dort diese Sachen auch nicht so sehr mich heranlassen darf. Denn wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir auch direkt beeinflussen können. Und das ist eben die Arbeit mit der Mannschaft. Ich handele aus Überzeugung und nicht nach Ergebnissen. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, wenn ich von einer Mannschaft überzeugt bin, von einem Trainer, dann äußere ich das auch und dann gehe ich diesen Weg. Und wenn man nicht überzeugt ist, dann muss man sich trennen. Ganz klar. Und deswegen bin ich auch gelassen, weil ich von meinem Weg überzeugt bin.